Dass wir uns zuerst anschauen müssen, sind zwei Szenen, die es ziemlich gerumpt hat in diesem Spiel. Wir werden dann auch unseren Skype-Schiedsrichter hören, unser Schiedsrichterexperte, der uns zugeschaltet ist. Das erste Mal sehen wir hier Jack Barrandun gegen Sanitz, der dann aus der Partie ausscheidet. Also es war sowieso ein sehr gehässiges Spiel. Immer wieder ist man aufeinander losgegangen. Ihr seht die Reaktion von Raphael Sanitz und wir hören jetzt die Reaktion von Tobi Wehrli. Noch einmal guten Abend. Zuerst einmal Tobi, zu dieser Szene deine Einschätzung. Guten Abend. Ich musste ja zweimal schauen, was jetzt wirklich passiert ist. Und wenn man es im Detail anschaut oder langsam anschaut, jetzt sieht man den Blick rings von Barrandun. Er stellt sich entgegen, geht mit den Schultern, richten den Kopf und bereicht dann zuerst am Kopf. Also aus dieser Perspektive wäre es ein Jack-up-Kopf, zwei plus zehn Minuten Strafe in dieser Situation. Nützen wir die Chance gerade Tobi und schaut uns noch eine andere Szene an. Ronchetti gegen Weisser. So präsentiert sich das Ganze, wo auch da wieder in Bandenähe der Jack angesetzt wird. Wie klingt das bei dir? Ja, das ist eine ähnliche Situation wie vorher. Er geht mit dem Elbagen voraus und reicht dann zuerst am Kopf. Also auch für mich hier gegen den Kopf. Ich hatte eine Tendenz in letzter Zeit, dass man wirklich den Jack gegen den Kopf wieder mehr sieht. In den letzten drei Wochen haben wir, glaube ich, sechs Sperren gesehen wegen dem Jack gegen den Kopf. Also auch hier wieder die gleiche Aktion oder ähnliche Aktion wie vorher. Noch mit dem Elbagen, der jetzt rauskommt, Richtung Kopf und der erste Kontakt zum Kopf. Und gemäss Reglement wäre es noch zwei plus zehn Minuten gegen Jack gegen den Kopf. Ich glaube, das war das Wort.